servus und willkommen zu einer neuen folge von gt new horizon mit unserem rohrschneider der bastelt glaube ich irgendwo an der mauer gerade rum möchte ich muss auch mal weiter gehen ja so ich habe schon mal hoffentlich ein bisschen was vorbereitet ich bin noch nicht ganz fertig unser ebf läuft auch wieder wir hatten nur keinen strom mehr beziehungsweise kein benzin oder diesel nitro diesel nitro diesel so ich habe mir immer zwei silikons gemacht die lasse ich mir schon als platten durcharbeiten weil ich keine mehr hatte so denn ich will ja für steve karts schöne sachen bauen und zwar ich will solar panels haben das heißt wir haben unsere ersten solar panels was braucht man dafür man braucht dieses aluminium iron plate wieder gedreht nenne ich t doch ja nur alles blöd wenn ich den mod drin habe weil er heißt drehen dann nehme ich mal raus so macht man ganz einfach eisenplatten stahlschrauben und aluminiumplatte ich glaube hat aber rohrschneider in der letzten folge schon gezeigt er hat ja schon karbonplatten vorbereitet unser lieber rohrschneider dafür doch mal dankeschön das war nicht ich war das ludbeck das war es war das ludbeck hast du die wirklich in der kiste hier vorne rein ja acht stück jetzt haben wir noch fünf das ist sehr nett danke weil es so so könnten wir uns nämlich auch die solarzellen leiden leisten sonst nicht so heiß ist halt nur ein ewiges kirchen ja bohrschneider hat schon mal bringe ich schon mal sechs aluminium jetzt mit die brauchte dann auch wieder demnächst und so gesagt ich soll mehr laufen dann laufe ich jetzt mehr wir müssen zu unserem ebf ich hoffe dass da ich weiß gar nicht ob er in der nähe ist ja soweit ich das mitgekriegt hat hat dream master sozusagen nur noch ein paar kleine bugs zu beseitigen ich glaube mit gt plus plus wenn das sozusagen beseitigt ist dann wird er auch das pack geliezen auf die nächste version wir werden ja mit einer etwas noch veränderten version spielen und da das wird sich ja erstmal angucken bei uns also bei uns wird agri craft mit reinkommen enhanced inventories es wird noch ein paar kleine andere mods mit reinkommen wenn er sie nicht mit drin hat es glaubt das eine war portal fix und das andere ist dass die animals nicht auf dem auf dem bäumen spawn das war es dann glaube ich auch zum größten teil und ich und vielleicht noch einen anderen junk loader mal gucken da müssen wir uns noch beredet ja und das wird dann halt bei uns und agri craft falls ich es vergessen habe die hast du als erstes habe ich ja das ist also das ist auch für mich der wichtigste modigste von allen sehr wichtigste mod für mich ja wir müssen noch kurz warten kann ich in der zeit noch wenig philosophieren drüber ja und das wird halt bei uns mit reinkommen das würde sich dann hier anschauen und wenn das sagt okay das ist das ist gut das macht das balancing vom pack nicht kaputt dann kommt es vielleicht mit in sport pack rein und wenn nicht dann haben wir es halt und für die leute wo sagen jedes kann haben dann wenn wir halt es kurz zur verfügung stellen und dann könnt ihr die halt ja die konflikts und so weiter was mir dafür eingestellt haben und in mein krieger sachen dann hier runterladen muss natürlich über den kurs launcher selber installieren weil das dürfen wir nicht nur die konflikts beziehungsweise skript dateien richtig dürfe so ist ja doch die haben da ja auch arbeit reingesteckt und will da bisher was von haben richtig und wir wissen mittlerweile wissen wir von wovon die reden weil das ist so viel arbeit so genau dann noch ein zweites thema was die master mich mal gefragt hat und das gebe ich jetzt gerne an euch weiter und zwar wenn ihr ideen gedanken habt es gibt doch dieses diese coins die wo man immer wieder für die quests bekommt kann ich mal gucken genau zum beispiel nehmen oder ja doch hier zum beispiel bekommt man keinste technik geworden dann kann ich mir auch mal gleich geben dass mein inventar ja voll wird und ja habt ihr wenn ihr ideen habt was man was man mit dem machen kann dann schreibt uns doch bitte in die kommentare oder kommt auf dem ts vorbei oder schreibt meinetwegen irgendwie eine textdatei die könnt ihr dann auch meinetwegen bei wie heißt jetzt wieder nicht bei github bei payspin hochladen dann uns den link zukommen lassen oder 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 da gibt es ja viele möglichkeiten google docs oder google docs also wie gesagt schreibt uns was wenn es wie gesagt wenn es zu lang wird und nicht in die kommentare passt macht ein dokument und schreibt uns da eure ideen rein wir schauen uns das an wir besprechen das jetzt uns dann im team und dann wenn wir sagen ja das sind coole ideen die schreiben jetzt zusammen und geben sie dream master dann weiter und dann hat er nämlich auch wieder ideen dass er das coinsystem nämlich verbessert was er auch möchte er möchte nicht entfernen er möchte es verbessern insgesamt so was kann ich immer alles entfernen so und was hat er noch genau und wir wollen das essens zeug von pam überarbeiten also derjenige wo das gtp kennt das sind mittlerweile einige wie gesagt wir sind ja auch dabei gerade daran unseren server auf community hoch zu pushen da müssen noch ein paar kleinigkeiten gemacht werden da wird es dann auf jeden fall infos geben schaut auf jeden fall bei uns im stream vorbei link ist unten ja mit in der infobox und da kriegt er dann auch mit wenn das server auf online geht also was heißt online also das komplett für die community offen ist und dann könnte auch da vielleicht mitspielen gibt es ein paar regeln wo man halt beachten muss aber das gesagt dann im stream und das wichtigste ist halt wir wollen dieses essens system ein bisschen überarbeiten weil wir zum beispiel festgestellt haben wo das habe ich jetzt gemerkt ich habe das ja vergessen auf diesen server auch drauf zu machen mit mein tricker naja ist egal denn wir haben schon die neuen rezepte für das essen zum bleistift auf community server und man sieht zum beispiel ich gebe mal jetzt einen pem das beste beispiel ist wo haben wir es denn hier da ist der fresh water man braucht es zum beispiel um einen cracker zu machen in fresh water und ein fresh water und das sind schon die neuen rezepte also nicht erschrecken das geht noch nicht bei uns im mlb auf dem anderen geht schon ein eimer wasser entspricht vier fresh water da davon dass ich davon ausgehe gott stimme versagt bom bom und ein eimer heißt für mich zehn liter ist ein zehn liter eimer standard eimer den wo jeder zu hause hat ist ein zehn liter eimer das würde aber heißen dass ein fresh water zweieinhalb liter sind so wenn ich jetzt dann davon ausgeht dass ich jetzt zweieinhalb liter dass ich ein bisschen honig zweieinhalb liter wasser in bali und ein spice lief in den pot schmeißen und nicht dann daraus weg gemeint krieg oder in dem beispiel ein wheat floor oder ein flor ein salz ein ein cooking oil und ein liter wasser oder zweieinhalb liter wasser und ein rollbrett braucht um ein paar cracker zu machen ja dann zieht es mir die schuhe aus weil ich zu entschuldigung aber das zeug kommt sich ziemlich verloren vor in zweieinhalb liter wasser also habe ich gesagt werde ich das runter leveln auf fresh water wird dann ein liter sein und dann werden wir die rezepte auch so anpassen und dann wird dann auch vielleicht ein bisschen mehr cracker rauskommen zum beispiel dass wir sagen okay das ist jetzt nicht ein cracker sondern das ist ein bisschen mehr teig weil man geht ja davon immer aus dass das ungefähr ein kilo mehl ist und ein kilo salz und ein kilo wobei ein liter kochen des öl ist auch lustig das ist halt etwas weniger ist ja egal ja und wenn er halt da auch ideen habt dass er sagt ja passt das mal so an oder nimmt mal die idee oder dies oder jenes oder das dann schreibt könnt es uns auch natürlich schreiben in die kommentare unter denen man es auch freuen und da kann ich das nämlich updaten und dann kriegt es nämlich von uns der liebe dream dazu bekommen in seinem pack rein und dann wird das auch abgedatet wird aber natürlich noch ein bisschen dauern so jetzt habe ich mich tot gewafelt und vergessen die platten zu machen supi so dann kann unser kleiner rohrschneider auch mal zu gucken vor allem ja auch gleich mal ein bisschen was erklären weil ich ja von dem mod überhaupt tuten und blasen keine ahnung habe so ich habe jetzt solar panels gemacht mache ich mal gleich drei stück und zuerst und wirklich solar panel freude so und ich möchte ja ich weiß jetzt auch nicht ob das bei steve karts überhaupt geht was ich vor habe ich möchte eigentlich zwei motoren rein bauen und zwar einmal die solar engine dann verbrauche ich jetzt noch mal das solar panel und ich brauchte simple pcb die habe ich schon mal vorgeproduziert haben ja schon mal gezeigt wie es geht das ist zwar schon etwas länger her kann es noch mal schnell zeigen das rezept ist einfach nur eine gold gold platte und elektronik circuit im assembling machine 30 euro das heißt etwa so dann schmeiße ich dir jetzt mal da rein und die schmeiße ich mit rein und es läuft sehr schön geht so dann hätte ich gesagt bereiten wir schon mal alles vor ja ich bin genau und zwar wir brauchen jetzt zwei motoren zwei pistons die zwei pistons habe ich mir also auch stahlplatten habe ich noch stahlplatten ja habe ich schon vorbereitet ich habe heute richtig vorbereitet ich bin ja begeistert von mir selber nix du siehst nix 9 kauft eine brille ja geht nicht ich bin hier im special mob scheiße hier ja wo ist er denn er schlägt dich die ganze zeit und da oben ja ich bin ich bin mit da warte ich helfe dir op bogen ausgepackt du musst mir das muss mir nur sagen wo er ist wenn es dunkel wird dann dann ist es ja super dass ich fall und bogen ab das soll einmal versuchen zu schaffen so sieht auch gleich rorschau wieder was hoffentlich so dann habe ich das natürlich auch schon vorbereitet das ist das advanced pcb ich weiß gar nicht ob wir das schon gebaut haben wenn ich es einfach zwei simple pcb aber ich glaube ja ein molten tin und eine advanced circuit board geht natürlich auch mit glied und mit soldering alloy hier habe ich ja schon mal gebaut und dann braucht man das hier so dann schauen wir mal ob die solarzellen fertig wurden sie sind fertig sehr schön baten sound pack so das heißt wir haben jetzt schon unseren erst unsere solar engine gebaut von steve karts so das was ich jetzt halt gerne möchte ist ich möchte solar und kohle gleichzeitig drin haben das sind dann schon beides nee dies den kohle boiler habe ich noch nicht gebaut weil es ja noch eine quest ist war und war das unter lv und zwar wir brauchen eine coal engine das heißt wir brauchen einen iron furnace zwei stahl item casings das wird jetzt lustig baust du mir mal so ein iron furnace bitte ich mach mal das stahl casing flint finden aber noch flint bestimmt flint bin doch mal den t trick bei mir funktioniert das nicht doch du musst nur in der nähe sein darf sich sehr weit weg sein davon sonst jetzt nicht so gemacht getan so und hier ist jeder schnell also auch ich habe meine web schon verändert ich habe ich jetzt auch nicht mehr nach distanz was ich früher mal gemacht habe sondern ich sortiert erstmal nach gegebenheiten bei mir ist zum beispiel underline alles unsere gebäude underline könnt aber nur verwenden wenn ihr mit alphabet arbeitet und nicht mit zahlen weil wenn der zahlen macht die kommen dann davor das will ich ja nicht ja und das gibt zum beispiel bei mir jetzt dann heißt es jetzt zum beispiel edit das ist kohler das ist für mich jetzt ein 1 1 1 1 1 verärzt dann heißt es jetzt bei mir a punkt das ist jetzt dann als nummer eins das mehr mehr zu haben als als neun stück oder zehn stück wenn man mit null anfängt machen was zweistellig und das ist meine erste kohle ader dann heißt es sind jetzt a 0 1 punkten 1 heißt safe und jetzt steht es einfach hier unten wenn ich jetzt dann noch ein zweites habe dann kann ich das dahin machen und zum beispiel meine ganzen dörfer und so weiter die werden dann z heißen dass die alle ganz unten stehen oder xyz dungeons ganz unten dass ich da auch schnell hin findet das ist einfach nur umdrehen brauchen dass sie die ganzen so das ist jetzt meine idee was ich dazu habe und ich bin ein kleiner deb so das waren es glaube ich das so jetzt brauche ich den ich glaube der war hier ich bin blieb ich bin blind und ich ist doch immer schön ich meine das andere wo es ist der kohle engine immer wieder mal das heißt ich brauche als eine stahl schraube die müssen wir haben einen schraubendreher den habe ich auf jeden fall schraube habe ich glaube ich kommt jetzt da kommt der drunter glaub so rum was wenn ich werde ich gleich sehen muss noch mal gucken ich habe es wieder vergessen ja mal richtig dann brauchen wir zwei pisten und zwei motoren zwei motoren habe ich schon das heißt ich brauche noch mal 2 1 ach nee was ist jetzt ausgegangen wir haben kein kopferkabel mehr haben wir das sind richtig cool so zwei motoren und jetzt brauche ich noch mal electric pistons 12 sehr schön alles gegangen die pistons kommen unten hin die motoren kommen drauf und wir haben eine kohle engine wir haben wir bekommen einen iron furnace dafür geschenkt sehr schön und wieder mal münzen so ich kann halt gerne da rein so wenn ich jetzt den da rein legt beziehungs ja ready to assembly k ok würde gehen würde total cost 35 das müssen wir jetzt der rohrschneider erklären was das jetzt hier alles bedeutet wie gesagt ich bin noch ein steve karts noob nicht nur ist zwar glaube ich selber aber es klingt immer so negativ momentan guckst auf die standard halt hast du modul kapazität 200 ja das heißt zum beispiel und dann haben wir auf dem solarengin und auf den links guckst ja das ist eine modul kost 20 und das andere 15 okay das heißt mit dem standard kannst du nur bis maximal 200 modul kosten quasi ein bau also das heißt das kann sein dass wir sogar ein besseres besser erhalt brauchen falls wir die ganzen sachen die wo wir jetzt brauchen nicht rein kriegen okay also das heißt auch bei dem hall hast du hast du hast du hast beim hall also einmal eine begrenzung von den plätzen und eine begrenzung von den kosten ja so was brauche ich jetzt denn als tool weil ich das was das card machen soll ich muss mal schnell gucken was der mir anzeigt card modul farming basic farming das interessiert mich jetzt weder mut kater interessiert mich auch momentan noch nicht und storage ok storage wenn wir brauchen so weil wir möchten ja jetzt ich möchte ja zum beispiel auch dass er jetzt nicht nur normale bäume umhaut sondern ich möchte auch dass er exotische bäume umhaut ich habe da nämlich so eine idee im kopf ich weiß nicht ob die klappt hat der netwood cutter galgodorian boot cutter was auch immer das ist smelter interessiert mich nicht und smelter advance crafters side tanks front tanks kreativ tanks open tanks gott was gibt es denn da alles versachen also du hast glaube ich den basic wood cutter drin gehabt das heißt der harten wood cutter den ist länger halten okay aber die modul kosten werden 65 das heißt wir könnten die erste hülle definitiv vergessen also ich habe jetzt den mit diamanten drin im kleinen also den basic wood cutter so diese frage ist nur was ist für ein upgrade brauchen wir damit er tropische bäume haut irgendwie her exotik sowieso den tri exotik von steve karts ok jetzt weiß ich wie das ding ausschaut hat insgesamt modul kosten von 30 ok das heißt ja ich weiß es nur nicht ob das spezielle kosten sind muss ich schauen dass ich den auch wieder hier finden im stief tri exotik dafür brauchen wir einen nemt disk und einen advanced pcb geht dann haben wir schon mal gebaut dafür brauchen wir polyethylen simple pcb und redstone platten so haben wir noch red alloy ingots du brauchst du brauchst du brauchst du brauchst du auch nachher den kannst du ja gleich drei pcb gehören ah ok so das heißt ich brauch ja das heißt ich muss wieder circuits herstellen hihihi das weiß ich dann dass ich mir das bis zum nächsten mal aufschreiben kann also beziehungsweise ich kann mir das nicht nur aufschreiben leute ich werde mir das jetzt aufschreiben das ist sozusagen meine letzte große tat für heute wir brauchen drei also ich brauche einmal dieses exotik ähm muss ich vorbereiten es gibt mal leute die wo was komisches aufschreiben so rohrschneider was brauche ich denn noch für module was ich schon mal vorbereiten kann bis zum meiner nächsten folge du kannst doch mal einen kommt drauf an was du machen willst soll weiter bäume fällen es soll weiter bäume fällen ich bin momentan da ich bin ich bin beim überlegen ob mir mal den steve karls dazu kriegen ob der diesen diesen oak tree weiß schon diesen da diesen speziellen da ob der den umhauen kann weil wenn der das nämlich kann dann brauche kann dann ist die bahn für das ding ungefähr acht blöcke groß der arbeitet aber nur bis zu einer bestimmten höhe sicher dann müssen wir mal testen also ich sag mal so jungle wood bäume müsste er die höhe ja aber jungle wood sind auch riesig äh kobalt zahnrädern brauchen wir auf jeden fall dann und reinforce dust äh nee was 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 welches modul ist das bitte das wäre das hat wird kata das hat und der hat und weil das andere kriegen wir glaube ich noch nicht hin der g flow circuit kriegen harte netwood kata ich vermute mal auch wir brauchen ein besseres wir brauchen mindestens das reinforce teil für was für das modul für das für das gerät weil er wenn ich mir jetzt alleine anschaue dass das harten wurden kata modul ist 35 drin dann hast du 70 haben wir 100 dann brauchst du noch ins deutsch und ins deutsch ist das treating sind 30 bis über 130 ja jetzt ist nur die frage was ist special und was nicht also was ist komplex und was ist nicht komplex ist das steht mir leider nicht da müssen wir gucken und sonst muss man ja gar nicht besser für steve card hüttel also ich schreibe mal ich schreibe mir mal noch die die green forst hüttel mit auf was wie machte den rien forst ist jetzt lachen anfängst weil ich dass ich gleich aufhören kann wie in forst das so dann brauchen wir noch die zeit ist richtig und was braucht man was was hast was haben wir was hast du noch in dem ding mit drin noch irgendwas was wichtig ist und was ist jetzt zum beispiel dieses ach so das card modul farming heißt einfach nur dass er da zum beispiel pflanzen an andet richtig ja gerade wenn man das zeug hier kriegt wie in forst das dann schauen wir mal wie in forst plate das sind reinforced ingots soll ja mal schlecht werden so zum abschluss es kann nicht so teuer sein weil du brauchst du nicht viel eu für ja unter kräftigen ist nix also ich bin gerade bei rien forst ingot bin ich gerade bei 1700 kelvin in im blast wenn es so wie in forst das wie kann ich den herstellen das ist mal wieder super gar nicht gar nicht aber nicht viel ich finde nix wenn das als flüssigkeit herstellen außer er ist gedacht irgendwie im mixer oder irgendwie so hat aber ja sowas habe ich auch gedacht aber wie es aussieht pustekuchen gut leute das werden wir jetzt aber uns das nächste mal angucken wie man das herstellen kann wenn man dann die lösung finden teilweise natürlich sofort mit und da werde ich jetzt nicht rumsuchen eine stunde lang und ihr sagt ja super jetzt sehe ich seit zehn minuten das selbe bild nee das wollen wir nicht so dann heißt auch von mir vielen dank fürs zuschauen und wie gesagt schaut immer wieder bei uns auf dem twitch kanal vorbei wir streamen jetzt fast eigentlich täglich und ja dann heißt von uns vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao ciao ciao